So, ich bin hier gerade ingame und mache hier gerade die erste Mission und ich habe direkt die erste Waffe gezogen und bin gerade auf meinem Warlock. Also die neue exotische Maschinenpistole funktioniert so, dass wir erhöhten Schaden haben, wenn wir in der Luft sind und wenn wir am Boden Schaden verursachen, laden wir den Antischwerkraftsperk auf und wenn er dann aufgeladen ist, das ist dieser kleine Balken links, den können wir in der Luft aufbrochen. Sobald wir nämlich in der Luft Schaden machen, bleiben wir einfach in der Luft stehen, bis der Balken wieder runter ist oder wir keinen Schaden mehr machen. Und wenn wir unten sind auf dem Boden, laden wir das wieder auf, wenn man es gerade unten sieht. An sich echt richtig cool, das ist mal was anderes. Und ich bin hier gerade schon mit dem Warlock unterwegs. Also wie ich meinen Warlock gerade gelevelt habe, also ausgeskillt habe, sag ich jetzt mal mit Hotze und so, das ist noch von vorher irgendwie. Ähm, ich habe die ganze Zeit Granaten. Auf jeden Fall, die Gegner sind die ganze Zeit leere und stabil. Und wenn ich es richtig anstelle, kann ich die ganze Zeit in der Luft bleiben und das ist einfach vom Feeling her einfach cool. Einfach ein bisschen rumfliegen über die Gegner. Nahtkampfgegner zum Beispiel können einem gar nichts machen. So, ich fliege jetzt einfach rüber. Lol, damit könnte man vielleicht einfach irgendwelche Sachen umgehen. Naja. Äh, ich wollte euch das nur mal eben kurz zeigen. Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding rauszuholen. Es macht richtig Spaß. Ich habe gerade richtig Spaß dabei. Und ich werde auf jeden Fall mit dem Bild dran arbeiten. Also mit dem Warlock funktioniert das schon richtig geil. Vor allen Dingen, weil man ja auch erhöhten Schaden macht. Richtig nice. Hallo? Wer ist das? Anastasia? Höchstpersönlich. Ach, natürlich bist du das. Bringe das in Ordnung. Und verzüglich. Ich will dich ja auch mal kurz zeigen. Hör auf zu jammern. Bills werden die nächste Folge. Na dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo? Hallo? Hör auf atmet ihr. Keine Sinna, ab sur 5 mal. Auf die специ Saar TemThatliche 움직atisfTON,往 4 mal passiert ihr noch. Trä Werken sich laut, principalmente in oftuo. Pohlen. Vielen Dank.